Ich hab keinen Bock auf Montag. Rene is missing in action. Sag mal. Sag mal. Geht's noch? Geil, erst mal zwei Dosen weg. Ich glaub, ich bin Kobold. Ich bin Mini. Guck mal. Ich bin auch Mini. Warum ist Marco nicht Mini und Sarah nicht Mini? Red heißt es. Sarah ist im Gegensatz zu mir Mini, aber Kai ist noch Minier. Und Daniel ist noch größer als Marco. Ach sozial, direkt töten. Ich kann gar nicht die Treppen hoch. Oh ja, ich muss auch springen. Mehr als du? 48. Ah ne, aber ich heil ja. Ich hab nur 65. Ich hab weniger. Ja, aber du heilst ja anscheinend. Ja, natürlich, bis 51. Alle die klein sind, wir fallen auch sehr langsam. Aua! Du heilst doch. Je kleiner, umso feiner. Du hast mich gestankt, Junge. Du hast mich gestankt, ich hab noch fünf Leben. Aber ich fall langsam. Mal gucken, ob ich überlebe. Ich hab ein Leben. Natürlich hast du ein Leben. Ich komm dann immer die Treppe hoch. Nein! Okay. Wie scheiß ist das denn? Alter, darf ich das wegnehmen. Hey! Wie ist das denn? Aua! Das sag ich nicht. Ich bin das. Hallo Marco. Das ist nicht so witzig. Warte, warte, guck das mal an, wie ich fliege. Wiii! Warte, ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Oh nein. Da bist du. Oh, deine Waffe ist halt riesig. Ist so klein, man sieht dich nicht. Warte, okay, okay. Hier, hier, ich bin vor dir. Und jetzt spring ich einmal da in die Klippe. Warte. Wie! Hey! Ich werd beschossen vom Traitor da hinten. Aua! Aua, Damo tötet mich. Asozial. Ja, Junge, verreckt da hinten. Du hast die fast gekillt mit der Disco. Ja, ich werd ja auch beschossen von mir von da hinten. Du hast zuerst die Disco geworfen. Lügt an den, Alter. Ich hab gar keine Disco geworfen. Natürlich, ich hab's doch gesehen. Da ist ein Zombie. Irgendjemand ist Zombie-Macher. Zombie-Macher ist in dem Leuchtturm rein. Ja. Da haben wir einen Achtung, hinter dir kommt jetzt ein Zombie-Macher. Kai, ich glaub du wirst es. Ja, ich bin's auf jeden Fall, aber ich bin nicht Traitor. Dete, lebst du noch? Ich hör ihn auf jeden Fall. Von wo? Lebt noch, alles gut. Ja. Boah! Sag mal. Hast du mich angeschossen? Irgendjemand in dem Haus hat... Nein, ich war... Oh nein, René lebt da auch noch! Oh nein! Dann war's vielleicht ein kleines bisschen random. Ich hab nur noch, ich hab nur noch Damwon gesehen. Mopsy gesehen. Und ja, dann war er für mich der letzte... Ah! Mopsy! Ach Damwon, warst du Traitor oder so? Nee. Warum hast du die Disco geworfen? Ich hab keine Disco geworfen. Natürlich hast du die Disco geworfen. Ich hab nur Smog-Granade geworfen. Dann ist ne Disco explodiert da unten. Aber es war trotzdem meine Smog, die ich geworfen hab. Äh. Oh, Ruckel, Ruckel. Geht's hin. Hast du's hin? Ich hatte doch recht. Des Mobs ist... Hat er jemand nach AI hingeworfen? Kobalt! Hier läuft ein Kobalt rum! Robix! Robix ist Kobalt! Er ist unter den Untergrund! Straight from the underground! Straight from more! Angefragt! Ständ nach außen! Ständ jetzt zu dem kaputten Haus! Nein! Niemals! Hinter dem Schiff! Hinter dem Schiff! Dann weiter! Gibt mir doch ne Chance! Nein! Asozial! Oh, Dose! Krass! Aua! Wie wollte einer killen? Kann ich... Komm ich eigentlich runter ohne zu sterben? Nein! Bestimmt mit... Cool! Nice! Guys! Pink up everyone! Seht abgerungen! Da ist... Gönnt euch! Ähm... Warum wird sie eigentlich noch nicht confirmed? Wer... Ich hab sie confirmed! Wer ist eigentlich nett zu mir? Wer ist nett zu mir? Wer ist nett zu mir? Ich! Ich hab's lieb! Kai! Kai, du bist nett zu mir! Aber auch immer nett! Bleib doch mal stehen! Wird ihnen was geben? Der rennt einfach weg! Dann du! Hier! Danke! Auf geht's! Tschüss Leute! Aua! 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 Du wurdest grad von der Gaust beschossen! Ich? Oben vom Leuchtturm, ja! Äh... Ich bin grad mit dem Fahrstuhl gefahren! Ich hatte einen Mopsi neben mir! Ah! Bist du Traitor? Ja, Gauss oben am Leuchtturm, Darmus! Und René bestimmt! Beide zusammen bestimmt! Dann hätte Mopsi noch was gesagt! Jaja! Der ist da im Fahrstuhl! Der ist da im Fahrstuhl! Ich bin im Fahrstuhl! Äh... In dem Fahrstuhlhaus! Aua! Ich bin es nicht! Er ist verbrannt! Er ist auch verbrannt! Ja, ich sag doch! René und Darmus! Alter, schwitzt nicht! Ich hab grad... Mob City ist einer! Ja! Wie komm ich da rein? Warum zur Hölle? Ja, tschau! Oh! Jetzt! Wirft ein gutes Licht auf mich! Wirft echt ein gutes Licht auf dich! Ich! Wann hab ich jetzt abgeknallt? Ja! 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 Wie oft sollte ich noch meine Vermutung äußern, bis irgendwas passiert? Ich hab nichts gehört! Ich hab nichts gehört! Ich hab nichts gehört! Was hast du denn gesagt? Ich hab nichts gehört! Ja! 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 Ja, da suchst du es! Wo sind die jetzt hin? Spaß. Alter, wieso bin ich denn so schnell? Aua! Ich bring mich gleich selbst um. Wer lebt denn jetzt noch? Hallo? Oah, was ist hier denn was? Marco? Ich hab nur unter Schießen sehen. Einer schießt von oben runter und da dachte ich, was für ein Asozialer. Was für ein Asozialer. Der andere hat doch nur einen Rollermine-Launcher in der Hand. Lass den doch in Ruhe. Ich hab ein Wildes-Sone gesehen mit einem Rollermine-Launcher. Ich hab eine Juche aus dem Weg. Ich glaube, wir werden ein Problem haben mit all deiner Mittels und einer wird dann zum Doom-Guy. Oh nein! Nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Becky, weg, weg, weg. Wieso bin ich so langsam? Oh nein, jeder Spin Attack. Alter, Marco! Oh, Marco. Marco ist Zombie-Macher. Aber Daniel hat mir grad Foscher angegeben, Asozial. Ich hab Daniel mal geschlagen. Kein Sfeder. Nein, der hat dich da angegriffen. Hau ab! Ich renne von dir weg, merkst du es nicht? Es gibt außerdem Zombie-Macher. Ja, ja, ja. Ja. Weißt du, da will man einmal hier sinnvoll im Team arbeiten. Einmal. Einmal mit Tobis arbeiten. Ja. Mal nein. Ah, das ist ja. Okay, muss ich jetzt davon ausgehen, dass alle böse sind? Okay. Und gefallen. Wem hatte ich das Battle? Warte mal, hä? Ich war Revenant. Achso. Und ich hab dich gehittet irgendwie. Ja, ich weiß. Aber ich hab dich auch gehittet. Ich hatte vorher, äh, Heal-Up, glaub ich. Am Anfang der Runde. Alter, ey. Das ist ein Chaos, ey. Als ob das alles aus Mobsies Kopf entspringt, ey. Alles einfach nur... Äh. Oh Gott. Alles nur in Mobsies Kopf. Alter, was, 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 was? Ah, da ist doch schon wieder jemand gestorben. Kann, äh, Dete, kannst du die Credits auslutschen? Hä? Wie ist das passiert? Nehmen wir dir eine Credits ab. Hinter dir, Dete. Einfach keine Zähne gucken, ey. Ah ja, wenn der aber eine Credits-Abdose lutscht, was soll ich denn machen? Ja, bitte, bitte, bitte. Aber da, aber da. Was ist das für Geräusche? Ah! Sorry, ich wollte nur da mal anschießen, nettig. Nein, jetzt kriegst du eins. Erstmal Kai töten. Okay. Hier sind nirgendwo Zombies. Hier hat der Kai gesetzt. Warte, 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 warte. Für dich. Ja, danke, danke. Für dich. Ja, Kai. Oh nein, asoziert. Oh. Oh. Hä? Ah. Ah. Jawohl. Dete, du lebst noch, gell? Ja, ich lebe noch. Ich hab was für dich. Bin ich mal nachgeladen, ab nach 100 Jahren. Oh nein, Aura. Ah da, Mopsi! Nein! Doch, erschieß ihn! Unten am Strand. Was erschieß ihn? Das ist jetzt asozial. Was erschieß ihn? Ja, ich lebe noch, gell? 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 Oh, nachladen. Und weiter geht's. Okay. Nein! Aufgewechselt. Mopsi geht in Nahkampf mit einer Sniper. Easy Snack. Ah ja. Wollt's probieren. Ein Leben hat er noch. Ja, Mopsi, deinen Schuss hättest du sparen können. Also... Wieso? Ich hab ne Brand geworfen, dann hast du mich abgeschossen direkt und dann wurde ich schon gekillt. Warum hast du ne Brand geworfen? Daniel, lutsch keine Credit-Up vor meinen Augen. Ich nehm jede Dose, die ich kriegen kann. Dann hast du das verdient und ist okay. War's jetzt ein blöder Zufall, aber wer ne Credit-Up-Dose lutscht, obwohl wir nen D da haben, der... Da gibt's keinen, hab ich nicht gesehen. Ich nehm lieber die Credit-Up-Dose, bevor es den... D-Tip. D-Tip gibt es. Von daher brauchst du nicht. Da ist das sehr schnell und sehr einfach für mich. Marco, Brandgranate. Achtung. Oh, ich hab sie dir an den Kopf geworfen, Marco. Achtung. Ich hoffe, ich kleb die nicht dran. Warte mal, wo bist du? Oben. Wieso? Was für ne Waffe hast du da? Bodyguard. Eine Katze. Oh, Bodyguard. Ich bin Enno. Ja. Anchovies. Anchovies! Marco könnte die gesetzt haben. Nein. Nein? Wo steht denn das Auto? Ah, da hinten. Marco und Dings. Kai. Marco und Kai. Kai hatten grad 50% Leben gezogen. Ja, hast du ihm grad 50% Leben gezogen? Wenn, dann hätte ich ihm 100% gezogen. Gutes Argument. Ja. Aber es war trotzdem Kai. Kai und Marco sind Schräder. Hörst du dich? Achtung, pass auf, pass auf. Dann müssen wir zusammenhalten. Boah, das ist natürlich... Ja, guck mal. Da oben ist Robrain gewesen. Ja. Ist schön, dass nix hier passiert. Boah, die auch noch. Zu scheiß, ich seh nix. Alter. War der auf uns, Kai? Pass, gerne. Auf euch, Trader. Wollt ihr nur deinen eigenen Trader-Kollegen töten, oder was? Wahnsinn. Boah, da ist jemand tot. Boah, asoziell. Oh. Nochmal? Ramon? Ich hör nichts mehr. Was ist das noch da? Dropshot. Hotshot. Was sag ich mit Daniel los? Marco, was ist das? Nein. Bam, hopp. Hier ist ein Geschütz. Ja, ja, nein. Fuck you. Oh. Hallo, was passiert hier? Mein Gott, bin ich schlecht. Duggen. Duggen. Hey, geh weg. Jetzt aber. Duggen. Wieso stirbt der nicht? Duggen. Meine Fresse. Meine Güte. Ja.